Wenn man bei der Pfister eine Ausbildung macht, ist es sicher mal ein Benefit, dass man in jeder Abteilung mal war. Wir haben innerhalb von diesen drei Jahren fünf Abteilungen. Es ist schwierig, was ich genau sagen soll. Ich habe bis jetzt in mich auch gesehen. Ich habe es ja bei OMC Sales gesehen. Und jetzt bin ich bei der Logistik. Wir haben die Buchhaltung, wie wir es jetzt noch haben. Und dann, wenn man aus der Lehre ist, kann man sich entscheiden, was zu mir passt, was mir gefallen. In verschiedenen Abteilungen versteht man eigentlich die ganzen Unternehmen ein bisschen besser. Unsere potenziellen Lernenden können erwarten, dass wir als Familienunternehmen sind. Wir haben eine Du-Kultur. Man ist relativ jung, sehr offen. Es gibt auch die Zeit, in der wir alle zusammen lachen können. Die Arbeit ist mega vielfältig. Den Lehrlingsausflug haben wir auch jedes Jahr. Also mit Namen. Sie können für 40 Minuten am Tag lernen auf Geschäftsziel. Sicher, dass die Lehrlinge sich immer gegenseitig aushelfen können. Also mir gefällt es super gut hier. Wir haben ein mega Spuls-Team. Öffnen, wie es uns anfängt, mit den Offenheit, Kommunikation und Selbstständigkeit.